Ich bin mal heute alleine unterwegs, Svenny ist nicht dabei. Mir ging es einfach die letzten Tage nicht so gut. Ich reise ja auch mit einer chronischen Erkrankung. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns. Wir haben uns wieder mit unseren zwei Pappnasenpärchen getroffen. Wir haben mal wieder ein Harvest-Haus gebucht, ein Weingut und irgendwie dachten wir, wir würden ein bisschen mehr in der Natur stehen, aber man steht hier tatsächlich direkt an der Straße, dementsprechend kurz vor unserer Nacht mit dem ganzen Verkehr und deshalb gibt es jetzt erstmal Kaffee. Ich habe Oranges für Breakfast. Was hat Sveni für Frühstück zu haben? Die haben hier auf einmal alle angefangen, irgendwie groß Frühstück vorzubereiten und ich hatte schon die Cornflakes in der Hand und dachte, es gibt einfach nur Cornflakes mit Milch aber wenn die alle so groß auf waren, habe ich jetzt Pancake-Teig gemacht und mache ein paar Pancakes, so als kleinen Snack zum Nachtisch, was die da sonst noch so alles machen muss das machen, um die Brünen zu machen und dann mal des Zutkinen zu machen auf dem Zutkinen auf dem Zutkinen und jetzt kleinen Kuchen bis zum Zutkinen und dann haben wir hier das tun und dann flippen ich noch unter und schmorte Äpfel und dann sind wir hier ja, wir machen das Ganze Die Mägen sind gefüllt. Ich spüre jetzt hier kurz eine Runde ab. Wir sind aktuell immer noch am Warten auf das Paket aus Deutschland mit den Ersatzteilen, weil wir nochmal alles genau überdacht haben, was für Ersatzteile wir benötigen könnten. Vielleicht auch noch in naher Zukunft und deswegen wird das ein ziemlich großes Paket und wir hoffen, es kommt gut durch den Zoll und alles und ist dann hoffentlich bald da. Solange reisen wir noch ein bisschen durch Kanada. Diese Woche sind wir immer noch ein bisschen langsamer unterwegs in der Gruppe und machen uns heute einen schönen Tag in der Region Kawata Lakes. Alle, die sich jetzt vielleicht gerade fragen, was für Ersatzteile habt ihr bestellt noch zusätzlich und an was sollte man denken, was könnte man mitnehmen? Also wir haben ja den Zahnriemen quasi schon mitgebracht, letztes Mal aus Deutschland. Jetzt brauchen wir noch das Spezialwerkzeug dazu. Das könnte man definitiv vor der Reise checken, aber er war halt einfach noch gut, unser Zahnriemen. Deswegen, warum früher machen lassen? Wir haben natürlich nicht daran gedacht, das mitzunehmen. Kairiemersatz könnte man mitbringen. Wir haben jetzt noch eine Zylinderkopfdichtung bestellt für den Notfall und Bolzen für, ich weiß gar nicht, wie genau die Beschreibung dafür ist, aber für den Bremssattel, die immer gut geschmiert sein müssen, die bei uns jetzt kaputt gegangen sind und Bremspads, also Bremsblöcke, sind es Bremsblöcke Basti oder Bremsbeläge, die jetzt nochmal wichtig waren für uns, Plätze, wobei wir eigentlich auch Scheiben gebrauchen könnten, aber die sind glaube ich einfach zu schwer, um die senden zu lassen, deswegen, ja die Bremsklöcke sind jetzt ausgetauscht und der Mechaniker meinte, Scheiben wurden aufbereitet, meinte Basti gerade und deswegen sollten wir eigentlich soweit für die Reise abgedeckt sein. Genau, also das lohnt es sich auf jeden Fall einmal hinten reinzupacken, Ölfilter auf jeden Fall auch, Dieselkraftstofffilter haben wir auch noch dabei, den wir austauschen könnten und ja, ich glaube wir schreiben unten mal in die Beschreibung einfach eine komplette Liste an Ersatzteilen auf, die wir glauben, die man vorher checken könnte und dann aber auch Ersatzteile mit nach Amerika bringen kann, um einfach sicher zu gehen, dass die Ersatzteile vorhanden sind. Und als kleine Gegenleistung, Gegenleistung, dass wir hier beim Harvest Host übernachten durften, gehen wir natürlich wieder einmal kurz in den Shop und gucken, was sie für lokale Köstlichkeiten haben. Gut, dass wir in der Winery sind. Musik Musik Svenni, die Menschen warten fürs Tasting. Es gibt ein Tasting? Ich war noch nicht im Shop, aber anscheinend gibt es jetzt nach dem Frühstück schon eine erste Weinverkostung. Eine kleine Nummer. Ich liebe es, dass es hier immer Türöffner geht. Wir haben auch eine Dried Black Curry und eine Dried Black Curry. Das ist Ihr Favorit. Sie sind sehr süß. Sie sind sehr süß. Sie sind sehr süß. Das ist ein schönes Wein. Es ist schwer nicht zu lieben. Du bist auch sehr süß. Die Blumen sind gut. Das ist ein Mare zu Türen. Das ist eine Mare zu Türen. Nein, das ist ein Bier. Das ist ein Bier. Es ist sehr süß. Ihr mögt es? Für mich ist es sehr unterschiedlich. Aber du auch dieses Lied? Das ist ein. Nein, das ist gut. Wir werden es einfach auf den Boden verlassen. Kein Wein, aber jede Menge Jam, Marmelade. Es gab drei für 18. Ich habe Basti nicht zu Ende reden lassen. Er wollte noch sagen, was ein gutes Angebot ist. Also hier gibt es mehr Wein aus Beeren, also quasi Himbeerwein, Blaubeerwein. Das ist alles nicht so mein Fall ist, besser gesagt. Basti hätte da bestimmt was gefunden, aber wann trinken wir das schon? Deswegen haben wir jetzt Marmelade mitgenommen und für Peppi ein paar Leckerlis. Peppi? Look at your screen. What are you doing? What are you doing? Now you get no trees. You get trees. What? For breaking out? I don't think so. You know what she's saying right now in her mind? God, I thought that screen was so much more of a barrier. I can get out easily. Oh, she's like, this is the best treat ever. Here, one more. Pepper, what are you eating? Liver. Liver treats. Look at her. She's so cute. Can I give her one from up here? Yes. This mommy's feeling left out. Yeah. Thanks, sweetheart. Sit. 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 You're special. Sit. 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 brewery gespottet also wird natürlich direkt umgedreht und ein halt gemacht es ist heiß, wir sind durstig, es gibt was zu trinken das ist bereits fertig das ist nicht so gut We don't. It's like Dominik. Dominik Foam. Cheers. Cheers. Cheers! Wir haben keine Füße. Ich weiß nicht. Hallo! Du sprachst von Jamie. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Chok, chok, chok! Fresh! Das ist gut. Ich habe fast eine Bier aus meiner Hose gesehen. Das ist gut. All right, ich kann es. Wir sind angekommen in Peterborough. Wir sind ein paar Meter entfernt geparkt von einem kleinen Musikfestival, wo wir heute Abend hingehen. Basti wird gleich drüben bei denen. Wir parken nämlich hier direkt an der Straße. Oh mein Gott. Fast meine Toast verbrannt. Genau, wir machen mal schnell was zu essen. Basti ist vorne im Van mit den Hot Dogs und ich mache hier was vegetarisches. Und ja, wer hätte es gedacht, es sind Cheese Sandwiches. Gibt es für dich? Hot Dogs mit veganem Chili. Und jetzt brauche ich noch Gurken und Ketchup. Machst du noch mehr drauf? Machst du noch mehr drauf? Machst du noch mehr drauf? So, ich bin mal heute alleine unterwegs heute Abend zum Konzert. Beziehungsweise nicht ganz allein, weil wir gleich treffen wir uns. Beziehungsweise ich mich mit Jamie, Lisa, Sean und Tozer. Aber Sven ist nicht dabei. Der geht es nicht so ganz so gut heute Abend. Jetzt ein bisschen auch ein bisschen Social Overload. Und will sich heute mal ein bisschen zurückziehen. Ein bisschen für sich alleine sein. Das ist ja auch okay. Und deswegen bleibt die zu Hause. Und ich treffe mich gleich mit den anderen. Und gucken wir uns ein Konzert for free an. Achso, und hier über meine Schulter, da hängt auch mein Campingstuhl. Denn es ist ein Open Air Konzert. Und man kann sich da schön an seinem eigenen Stuhl Platz aussuchen. Die anderen haben schon Platz reserviert. Und da setze ich mich gleich dazu. Ganz schön was los. Geschäft können bei国ami werden. Jementi Shin-Ment, die Kool Party. Tromm an einfachen Lanz, 50g. Die Aus die Spiel Play curve ist stabile. So, jetzt muss ich das Bear광hof sein. guten morgen es ist ein ziemlich regnerischer morgen bisher und es hat richtig schön abgekühlt was wir sehr sehr genießen und ich komme einfach direkt zum punkt wir beenden das video quasi hier an der stelle für diese woche mir ging es einfach die letzten tage nicht so gut und ich habe richtig gemerkt wie ich mich zurückziehen will und nicht mehr so viel unter menschen sein konnte und auch gar keinen antrieb mehr hatte irgendwas zu filmen und basti auch nicht und wollte mich auch nicht dazu drängen dass wir noch irgendwas filmen und ja diese woche war einfach es sind einfach sehr viele dinge gleichzeitig passiert sehr viele zu hause findet gerade die geburtstagsparty von meinem papa statt zu seinem 60 geburtstag wo ich sehr gerne dabei gewesen wäre und basti auch und was so ein bisschen ja heimweh gefühle haben aufkommen lassen und ja irgendwie passiert gerade super viel im hintergrund einfach was sich für mich nicht so einfach unterdrücken lässt und genau das so verstecken lässt hinter vor der kamera und ja gleichzeitig haben wir aber auch gedacht eigentlich wollen wir ja videos für euch machen die euch freude bereiten euch plätze zeigen auf der welt die wir erleben und die wir schön finden und die wir gerne mit euch teilen wollen und das ist einfach eine gute zeit mit uns habt deswegen wollen wir das video eigentlich gar nicht erst machen wir wollen aber auch so authentisch wie möglich bleiben und euch auch zeigen dass es eben auch wochen gibt wo ja wo man sich einfach nicht so gut fühlt wo auch das größte abenteuer irgendwie seine tiefpunkte hat und so einer ist eben gerade und ich glaube wir haben sie auf dem kanal noch nicht erzählt aber ich reise ja auch mit einer chronischen erkrankung ich habe endometriose und dadurch habe ich einfach während meiner periode wahnsinnige schmerzen und auch manchmal davor manchmal danach manchmal ist es ist der schmerz unaushaltbar manchmal ist es okay und aktuell kommt halt einfach gerade alles zusammen und ja deshalb haben wir euch jetzt mitgenommen auf einen tag oder einen halben tag von dieser woche und wollen das video an dieser stelle beenden und aber trotzdem die woche irgendwie mit euch teilen ja und hoffen natürlich ihr bleibt weiterhin mit dabei es werden auch wieder schönere tage kommen wir haben einiges tolles geplant und darauf freuen wir uns auch schon sehr aber für den rest der woche lassen wir es einfach ruhig angehen und freuen uns wenn ihr nächste woche wieder mit dabei seid wenn ihr lust habt und neu auf dem kanal seid dann abonniert doch unseren kanal auch wenn das vielleicht jetzt nicht ein video ist was für unseren kanal steht aber wir würden uns sehr drüber freuen packen support hat unten in die kommentare und liked das video ganz fleißig und dann sehen wir uns nächste woche danke ende